Legende, oder nicht? Ich hätte hier gelebt. Glaubt ihr, das wirklich? Lichtgelächter und Liebe führen dich nach Hause. Saga und ihre Tochter. Oh Mann. Glückliche Gesichter bedeuten hohe Grundstückspreise. Die Familie kommt zuerst, Ilmo. Wir kümmern uns inzwischen um ihren Wohnwagen. Sie ist eine von uns, Jakob. Ihr Ersatzschlüssel ist sicher. Die Koskiller-Brüder haben schöne Erinnerungen an mein Leben hier. Die Geschichte muss sie beeinflussen. Ich spiele vorerst mit. Ich brauche den Wohnwagenschlüssel. Aber im Ernst. Ja. Ich würde gerne meinen Wohnwagen sehen. Haben Sie einen Ersatzschlüssel? Schön für Sie. Ja, ich habe noch einen. Er ist in der Coffee World. Ich würde ihn ja besorgen, aber Jakob und ich müssen nach Bright Falls. Der Ersatzschlüssel ist im Safe des Souvenirladens. Ich rufe an und lasse ihn für Sie herauslegen. Oh, die Straße ist überflutet, aber der Weg hinter mir führt direkt dorthin. Rufe im Souvenirladen an. Sie sollen Saga helfen. Okay. Da ist Coffee World. Ich muss den Fluss überqueren. Meine Erhaktion! Was war das? Scheiße! FBI, zeigen Sie sich! Geht weit! Immer mehr Leute werden zu besessen. Ist das der Kult? Oder die Geschichte? Oder beides? Oder die Gäste? Ich Monet schaue. Ich werde dich bei uns Allenleden. Oh, come on, man. Oh, come on, man. Okay, ich glaube, das waren alle. Noch ein Kultversteck. Oh, come on, man. 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 Du musst es aufhalten, bevor es Realität wird. Sei kein Teil der Geschichte. Schreibe die Geschichte selbst. Oh, come on, man. 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 Ich bin's. Ich bin's. Oh, come on, man. Ich bin's. Ich bin's. Oh, come on, man. 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 Oh, come on. an. Und das ist der Clicker. Der Kult hat ihn, genau wie auf der Seite beschrieben. Kalevala Nights. Das ist der Motorradclub der Koskiller-Brüder. Ich werde in Odins und Thors Pflegeheim vorbeischauen. Gleich nach dieser Baika-Werkstatt. Nein. Das, das stimmt nicht. Das ist nur eine verdammte Geschichte. Eine Lüge. Logan ist zu Hause. Unversehrt. Scheiße. Sie ist in der Schule. David. Ich bin in der Geschichte und sie wird wahr. Wake sagte, Scratch würde versuchen, mir wehzutun. Aber er sagte auch, dass man es noch stoppen kann. Dass der Clicker es stoppen kann. Hey, hier ist David. Sprecht aufs Band. David, geht mit dem Slogan gut. Ruf mich zurück sobald. Malika? Was zum Teufel? Schnapp dir diese Arschlöcher. Konzentrier dich auf den Fall. Der Artikel über Logan war eine Lüge. Denk nicht daran. Der Kult hat den Clicker. Hol ihn. Bring das wieder in Ordnung. Das ist die Werkstatt, die auf dem Foto mit den Kultisten zu sehen war. Dort bewahrten sie den Clicker auf. Wenn er noch hier ist, muss ich ihn finden. Ein gruseliger Keller. Das ist der Clicker. Das ist der Clicker. Sie spielen ein Spiel mit mir. Ich war so knapp dran. Sie haben den Clicker. Ich kann sie finden. Oben ist ein besessener. Das war eine Falle. . . . . . . . Das wäre nicht genug. Ich sollte das. Blut und Schaub. Die Blutverkehrt-Vehikel. Gratulatur. Okay. Wo ist der Festwagen? In der Materialliste für den Festwagen stand etwas von einer Maske. Wo ist sie? Armer Moka-Elch. Da hat es sich wohl ausgerührt. Das ist der Beweis, Ilmo. Man kann zu viel Kaffee trinken. Moka wird an einem Ehrenplatz weiterleben. Er hat seinen Kopf verloren. Mulligan und Thornton hatten eine Aufgabe. Mulligan und Thornton müssen wissen, wo die Elch-Scheidelmaske ist. Mulligan und Thornton sind Mitglieder des Kults. Das ist der Anführer. Das Hirn läuft aus wie Eigelb. Der Nervenkitzel des Dominierens. Nicht bloß ein Baum. Ein Wald. Das Wort. Ein solches Geheimnis stirbt niemals. Es gibt mehr als einen Anführer. Die Maske fehlt. Wo ist sie? Der Tote wird wieder zum Leben erweckt. Die Krone des Großmeisters. Ein Ex-Steak ist nie verkehrt. Kimmere dich einfach darum. Sie wissen, wo sie ist. Ich weiß, dass sie es wissen. Wo ist die Maske? Kache und bleiche ihn. Wir alle verbeugen uns vor ihm. Der Schlund eines bröckelnden Brunnens. Zeigen wir, wer Schlampe, wer hier das Sagen hat. Die Elchmaske ist beim Huotari-Brunnen. In der Coffee-World. Der Elchschädel kommt hierhin. Natürlich. Okay, Saga. Holen wir den Klicker von diesen Arschlöchern. Das ist ein Toil. Wo bin ich? Mein Rechtsfest gehen alle Männer auf Noten! Mama! Mama! Es ist kalt! Ich bin müde! Logan? Ich bin hier! Mama! Ich komme! Logan! Die Geschichte hat es auf Logan abgesehen. Ich kann sie aufhalten. Ich brauche den Klicker. Wake? Ich habe ihn so beim anderen Übergang gesehen. Was ist hier los? Das ist eine Schleife. Genau wie zuvor. Das ist ein Albtraum. Ich komme hier nicht durch. Ich muss einen anderen Weg finden. Okay. Abwärts. In der Falle. In der Falle? Wie? Was soll das bedeuten? Schatten beschlichen! Maliken und Sorgen! Niemand wird ihre Leiche finden! Torgen! Besatz! Abwärts! Abwärts. Abwärts! 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 Wie? Abwärts! 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 Hören Sie jetzt den Schlüssel zur Flucht. Was meinen Sie mit fliehen? Sie sind doch da raus. Und Scratch auch. Ich komme voran. Ich habe Sie zur Heldin der Geschichte gemacht. Sie haben unsere Familie rettet. Uns alle rettet. Ihre Familie retten? Meinen Sie meine Familie? Ja. Das machen funktioniert. Sie dürfen nur nicht aufhören. Ist meine Familie in Ihrer Horrorgeschichte? Ich sehe ihn ständig in Übergängen. Aber er ist schon draußen. Sind das Visionen der Vergangenheit? Als er noch im dunklen Ort festsaß? Ich habe den Klicker. Ich kann das alles stoppen. Nein. Untertitelung des ZDF, 2020